Hallo, da ist Europapux28, zurück zu Titanfall, und da ist Striper, die hat das Waspeln. Wieso hat der jetzt mit das Titan Layout wieder gammelt? Das Klinge ist kein Rampliner. Rechts ist viel mehr rein. Warnung, unser Reaktor ist nicht stabil. Warnung, unser Reaktor ist nicht stabil. Warnung, Batterie erforderlich. Warnung, Batterie erforderlich. Hey, Scheiss. Das wird... Das wird ein härter Kampf. Sprech zu viel. Anhand. Abonnieren. Warnung, ein Rad. Man kann das zum Einsatzdassern. Es ist nicht sicher. Sie habe das zu tun. Das wird... Man kann das dann weg. Warnung, Batterie tun. Abonnieren. Drei fest. Das ist ein letzter Ausflugleiter, hier sind Schatzjuss. Die Flieger ist getroffen, gebe ihm jetzt den Rest. Warnung, Kumpfschaden festgestellt. Die Flieger ist getroffen, hier sind Schatzjuss, hier sind Schatzjuss, hier sind Schatzjuss, hier sind Schatzjuss, hier sind Schatzjuss. Sie sind schon überlebt. Mein Fahrt, ich bin hier, alles im Lohn. Nein, stehe unter Beschutz. 090 auf 20, hier wird gerade mitgeleid. Viper hat dich im Visier. Alles im Lohn. Vierwischer Schaden. Warnung. Warnung. Ich habe den Viper 1 mit der Kontrolle verloren. Ich verliere die Kontrolle. Stürze ab. Mayday, stürze ab. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Viper wurde abgeschossen. Verstanden. Gehen Sie an Bord der Drakonin. Zickern Sie die Lade. Wir bereiten den Transfer vor. Cooper, bereit machen Verwurf. Ich empfehle Ausstieg. Aaaaaahhh. An. Analysieren Luftwiderstand. Berechnung läuft. Oh, kein Koffer. Aaaaaahhh. 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 Zuge verloren, brauche Deckung, brauche Deckung. Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit. Schiessen Sie. Hey, er hat doch geschossen. Ich bin mir angeforscht. Zuge verloren, brauche Deckung, brauche Deckung. Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit. Schießen Sie. Five-up des Sieg. B.T., bist du okay? Linker Arm abgetrennt, aber ich bin weiterhin funktionsfähig. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Die Erinnerung. Nähern uns Ladesicherheitsbehälter. Der Behälter ist zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Ich komme nicht an die Lade heran. Cooper, Sie müssen mir helfen. Okay. Wir müssen vom Schiff runter. Uns läuft die Zeit davon. Die Lade ist hier. Schaff die Lade hier raus. Negativ. Sitzen in der Valle. Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung. Aufprall. Nach dem Ladebildschirm hat er mir jetzt gefangen. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der AMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzen unsere Idioten. Hey, Scheifen. Mach endlich auf. Und gib mir, was ich will. Sprachbefehl. Nicht erkannt. Ich reiß es einfach auf. Ist so riskant. Die Lade ist instabil. Nein. 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 Geht nicht. Dann wird ihm kalt. Sie spielen immer noch im Weltkrieg. Der Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan. Wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme. Marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Hoch mit ihm. Siehst du ihn jetzt? Genau hier. Genau hier. Ja. Siehst du ihn jetzt? Funktionen. Gestört durch. Schweren Aufprallschaden. Dir ist scheißegal, wie kaputt du bist. Ich weiß ganz tief drin. Funktionieren. Noch ein paar Dinge. Mach endlich auf. Oder ich jage deinem Piloten eine Kugel. Ist der vor Ort los? An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. Zwei. Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam, oder du stirbst gemeinsam. Aufwand! Faktionier! Ja, Titan! So Gott ist. Vielleicht kannst du dir immer versuchen. Um! Zurück nache. Nach. Zurück nach. Zurück nach. Nach! Nach! Hey, schaffen Sie die Lade hier weg! Wir haben keine Zeit mehr! Schade. Ja wirklich schade. Können wir ihn noch reparieren? Ihr Herr? Rupe, ich kann die Mission nicht mehr fortsetzen. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Tierkind. Es ist Ihre beste Chance zu überleben. Oh! Die Autorempistole. Das ist Massen. Bitte. Die Autorempistole. Kommt, alle Ufzeichen! Feuer frei! Bist! Können Sie das Signal ausziehen? Ich habe etwas, aber es ist schwach! Ich kann es nicht bestätigen. Commander Briggs, ich empfange einen Datenkern. Das Signal ist schwach! Haben Sie die Koordinaten? Signal verstärken! Ich muss Sie erreichen. Commander Briggs, ich habe Coopers Position. Hat BT's Datenkern entfernt. Er muss das hier getan haben. BT! Cooper! Wie ist euer Status? Cooper! Bitte kommen! Over! BT 7274! Cooper! Bitte kommen! Over! BT! Cooper! Cooper! Sind Sie das? Ich empfange BT's Datenkern! Cooper! Hier ist Commander Sarah Brink! Falls Sie das hören, Sie müssen uns mit her einen Klick nachlesen. Sie sind unsere einzige Chance, das Platz zu wenden. Unsere Flotte nähert sich der Feindwaffe. Wir kommen. Noch ist es nicht vorbei. Oh! Und mit dem würde ich sagen, wir gesetzen sich im nächsten Video.